Stacked Upgraded und Speed Upgraded, okay. Was hast du? Du legst grad. Ich sagte ein Stack Upgraded und ein Speed Update. Okay. Mal können sie es bei mir nicht lenken. Hm, ich weiß oder was liegt bei mir dran? Na ja, wir können gleich sowieso mal Cut machen, wir haben jetzt schon gleich eine Stunde erreicht. Frag mich, was der gerade da veranstaltet. I don't know. Ah ne, das machen wir mal. So. Ich mach das mal primatisch aufbauen hier, hauptsache wir kriegen bisschen Futter. Äh, eine How baue ich gleich. Die haben wir doch auch schon irgendwo. Nein, das ist eine Steinachs. Oh, wir müssen entweder ein System haben oder haben wir mal so Tieren. Ja, im E-System, das werden wir wahrscheinlich auch hier zusammenkriegen. Das ist grässlich. Na guck mal, ich glaub der hat das Kabel bei sich gezogen grad. Da sieht man gar keine Verbindung mehr bei ihnen. Bei wem? Bei wem? Bei Penny. Achso. Weil ich seh das ja. Hm. Jetzt brauche ich ein paar Reize und Sachen. Ich baue aber eine primatische alte Weizenfarm. Hm. Aufsache wir kriegen was. Irgendwas aufsache wir kriegen was finden wir davon. Hattest du grad Speed-Upgrade bekommen? Nee. Okay. Ich sag das nur was wir als nächstes brauchen. Ja. Back-Upgrade, wie gehen die denn? Keine Ahnung. Schlimm in den Chess. Kack Ding. Ich glaub das können wir sogar herstellen noch schnell. Au. Ja. Ab und zu. Nee, das kann nicht an mir liegen. Ja, das liegt bei mir dran. So. Jetzt haben wir noch 5 Keys. Oh, ich hab keine Blöcke mehr, das ist auch geil. Ja. Erstmal den Pokerweiser Red Storm auch reingeschmissen. Okay. Brauche ich nämlich grad für die Speed-Upgrades. Brauchen wir nicht Blöcke. Ja, wann willst du verschwinden oder soll ich verschwinden? Nee, ich glaub du wirst verschwinden. Muss ein bisschen umgestalten hier unten. Kann das... War Zinnabar? Das brauchen wir doch, ne? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7... Okay, wir brauchen... 6, 7... Ich hab so ein Missgebot. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8... 10, 20. Nee. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 6, 7, 8... Oh. Au. Die Lava-Stowns, die benutze ich für was anderes. Ich glaub, die brennen viel zu Sachen danach an. Mach mal. Ja. Ich sag dir, die Lava-Stowns brennen bestimmt nachher Sachen an. Ja. Dann stell die mal nicht hin. Ne, hab ich jetzt auch nicht. Zack. Zack. So. Haben wir das? Dann... Dann muss ich auch mal gucken. Na ja, gut. Dann haben wir das. Das Gabi ist aber abgerissen. Äh, ne Chest. Ohne. So. So. Das kann jetzt mal da rein. So. Jetzt kommt... Never-Stowns. Nein! Was? Nein! Noch mehr Wasser. Oh nein, bitte nicht. Sieht da drunter, die Quelle. Schau dir die mal an. Wie viel Wasser. Boah. Wir brauchen ne Pumpe. Oder ne... Oder Wasser-Generator. Ähm... Water. Water. Warte mal. Wie kann man Wasser generieren? Äh... Ak... Akkumulator. Ja. Stell mal den... Äh... 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 Der macht dann endlich Wasser. Ja. Dann nehmen wir ne Fluid-Pipe und pumpen das da rein. Ja. Stimmt ja. Wir haben sogar... Ich glaub sogar alles dafür schon. Aber sollen wir mal einen kurzen Cut machen? Ähm... Lass uns die... Ich mach den noch schnell fertig. Ja. Okay. Dann mach du den schnell noch fertig. Und ich suche irgendwelche Blöcke raus, die wir mal abgebaut haben. Und ich die verbasteln kann. Das brauchen wir. Factories-Blocks. Ich brauch nen Eimer. Ich brauch nen Eimer. Ich brauch nen Holz noch. Ich brauch nen Holz noch. Das brauchen wir. Hab ich auch. Holz. Und... Nabel kann ich bestimmt verbauen. Snow. Haben wir so oder so. Haben wir noch... Ah, diese Wolle ne? Ach ne, das ist Stained Glass. Brauchen wir... Brauchen wir das Glas? Das kann ich eigentlich verbauen, ne? Welches? Hier dieses Stained Glass. Hauptsache ich verb... Das können wir für nix verwenden. Dann kann ich das verbauen. Hauptsache unten läuft erstmal so ne kleine Weizenmaschine. Hm. Ist mir grad Rille für was. Dann... 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 So. Ich glaub nen Falleimer ging nicht, oder? Oder gegen volle Eimer? Nein. Schüttere ihm aus. Aber ich kann den gleichen Lernen geben. Das dauert nur einen Moment. Dann bewegt dich. Boah nerf nicht. Nerf nicht! Ich hab grad nur 2 volle Eimer bei mir. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dauert mir zu lange. Ja, ich hab doch gleich. Musst du das hier eben zu Ende wollen, dann kann ich den Wasser einmal werden kippen. Blub blub blub. So, fertig. Komm runter. Hä? Komm runter. Wo soll ich runterkommen? Warum? Ja, darum. Ich krieg den. Ja. Aha. Ich hab's auch, wir kriegen Weizen. Das ist mir grad relativ, wie das Ding aussieht. Ja. Das ist ein Schaden. Sagen wir es so. So, den haben wir. Das geht, glaub ich, tausendfach einfacher, wenn wir das Ding benutzen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lief denn das Ding nochmal. Einfach Wasser einmal drum packen. Ins Loch packen. Das 3x3 Loch und dann lassen laufen. 3x3 oder so war doch egal, oder? War das nächste? Das ist... Ne, ich hab das immer an 3x3 gemacht. Das Ding nämlich einfach... Hier hin. Jetzt sind mir keines alle rum. Hä, wir hättet anders essen machen können. Bla bla bla, nö. Nö. Dann wären wir grad rum. Weiß ich nicht. Irgendwelche Leute. Könnt das so einfacher machen und nicht so blöd hier. Ich stelle euch ganz dumm an. Ich stelle mich nicht dumm an. Ich bin anders. Du meinst die Leute, die... Kommentare schreiben. Nicht. Habe ich irgendwas gesagt? Nein. Nö. Äh... Stained Glass kann ich noch benutzen. Sieht das kacke aus. Egal. Ob das funktioniert und läuft. So. Machen wir noch Wasser rein. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. So. So. Kommt gar nicht so voll zu werden. Aber das ist generell egal, glaube ich sogar. Ja, das ist egal, ob zwar der läuft. Zack. Okay. Das Ding muss nur laufen. Wollen wir dann erstmal Cut machen? Ja, ich würde erstmal einen kleinen Cut machen. Und dann bis später, Leute. Bis später. Tschüss.